Warte mal. Das ist eine scheiß Pflanze. Das ist eine Sonnenblume. Das ist ja kein Skatotrieb. Ein Skatotriebraum ist eine Sonnenblume. Die macht ja nicht mal schaden. Aber ich kann auch nicht fluten. Hahaha, lächerlich. Okay, gut. Kein nütter Avatar. Gut. Und jetzt? Jetzt kommt noch was. Jetzt kommt die echte. Oh, shit. Jetzt kommt die echte. Nicht gut. Wow. Okay, das macht schon Schaden. Oh, shit. Okay. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay, passt. Ab da habe ich mir dann ein Tornenbild gemacht. Sollte ich von unten rauskommen? Loll. Gut. Kommt es noch mal eins? Was? Wie viele sind das? Wie viele sind das? Gut. Ist das endlich hin? Ich weiß es eh, aber alles gut.